Und ja, ich bin, was die Quicksafes angeht, sehr, sehr großzügig. Okay, das ist ein bisschen mehr, was da jetzt angerauscht kommt. Au. Okay. Ja, festgehalten, das ist nicht so gut. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Was, wenn es sein muss? Stirb now! Kann ich helfen? Dein Befehl? Ist etwas nicht in Ordnung? Was, wenn es sein muss? Verstanden. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ich schlage mir. Was, wenn es sein muss? Was, wenn es sein muss? Kann ich helfen? Sieht es nicht in Ordnung? Ich schlage mir. Okay, das sieht ein bisschen besser aus. Der eine Troll sollte weg. Nein, die Behehl. Stirb now! Ich werde tun, was ich kann. Okay, das ist... Nicht so schön. Nee. Wie kann ich helfen? Einverstanden! Wart, wenn es dein Wunsch ist. Hat aber besser funktioniert. Ich kann keine Fallen stellen wie ein Feind hinter dir sind. Dies ist doch verarschend, ey. Ist etwas nicht in Ordnung? Bitte. Nein. 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 Was kann ich noch zaubern? Was ist los? Ich kann nicht helfen. Auch wenn es sein muss. Ein Zombie mehr nicht? So. Hast... Worum handelt es sich? Jawohl! Sag, was du von mir willst. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Hast... Zauber? Wie lautet deine Aufgabe? Wachstum! 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 Kann das da noch zaubern? Dein Befehl? Ich werde tun, was ich kann. Ja? Alle auswählen außer dich. Geh auf die Nächster los. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Das ist echt kacke. Wie kann ich helfen? Was? Dein Befehl? Einverstanden. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita, Mortis, Mario. So, das sind ein paar mehr Tote, die ich jetzt habe. Kann ich helfen? Ich werde mein Bestes geben. Genau für solche Fälle habe ich eigentlich... Wie kann ich helfen? Dein Befehl sofort. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita, Mortis, Mario. Will ich helfen? Ah, was kann ich noch zaubern gerade? Kann ich helfen? Lass was vorwärts! Was ist, ich tue's? Ich werde dich töten. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Rissi, mal. Wie lautet deine Aufgabe? Batschung, Batschung, Fährle, Fährle, Fährle. Ja? Batschung, Batschung, Fährle, Fährle. Batschung, Batschung, Fährle, Fährle. Es soll geschehen. Dein Befehl? Es soll geschehen. Ja? Falsche Richtung, falsche Richtung. Oh fuck, was macht ihr? Jetzt lief's gut. Dann die Wegfindung. Ja. Wie kann ich helfen? Einverstanden. Was? Dein Befehl? Ist das nicht in Ordnung? Kann ich helfen? Kann ich helfen? Was ist los? Da treff ich den toll nicht mal. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ist etwas nicht in Ordnung? Fertig, Fertig, Fährle, Fährle. Fertig, Fährle. Wie kann ich es schaffen? Es nervt mich. Es ist doof, ich habe keinen Magiebann. Das gebe ich gerne, gerne zu. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich sollte jetzt erst mal buffen. Kann ich helfen? Dann nochmal Quicksimper. Vita, Mortis, Kaia! Vita, ich helfe! Mh, göttliche Macht habe ich schon. Vita, Mortis, Kaia, ja, ja! Dein Befehl? Sofort! Was, wenn es sein muss? Okay, nur ein Zombie zu haben ist nicht so ganz toll. Wie lautet deine Aufgabe? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Vita, Macho, Ferne! Fertig, Feuer! Ja? Vatio, Vatio, Ferne! Na! Hö, Hö, Hö! Ja? Ähm... Jawohl! Immer bereit! Ist etwas nicht in Ordnung? Ich werde tun, was ich kann. Ich bin hier. Wie gesagt, das sind vier Priester, die alle Personen festhalten können. Äh... Was ist das alles? Wie kann ich elf, ihr wisst? Ist etwas nicht in Ordnung? Kann ich helfen? Ja, das stimmt gerade mein... Grießwoll! Mal... Dein Befehl? In Ordnung! Ich las mich mal in Speckers! Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja? Okay, okay, okay. Wegrennen... 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 Geves?